hallo zu einem neuen video auf dem business intelligence kanal heute sehen wir uns an wie man daten und tabellen am sql server klassifizieren kann bevor wir loslegen können bitte ich euch diesen kanal zu abonnieren um noch mehr videos für den wissenstransfer im bereich business intelligence und data warehousing anbieten zu können und bedanke mich sehr herzlich bei allen die diesen kanal dadurch unterstützen und jetzt starten wir los die daten klassifizierung ermöglicht das auffinden klassifizieren kennzeichnen und schützen von sensiblen daten in datenbanken beispiele für sensible daten sind geschäfts finanz gesundheit und persönliche identifizierbare daten nun das klassifizierungstool vom sql server verwendet eine klassifizierungs engine die eine sql datenbank nach spalten mit sensiblen daten durchsucht und eine liste der empfohlenen spalten klassifizierungen bereitstellt die können einfach überprüft werden und die entsprechenden klassifizierungsempfehlungen auch angewendet werden sowie auch die möglichkeit spalten auch manuell zu klassifizieren sehen wir uns das nun konkret am sql server näher an ich befinde mich nun am sql server mit dem sql server management studio und habe darin die möglichkeit nun auf einer dieser vier datenbanken dieses daten klassifizierungs tool anzuwenden dazu wähle ich mit der rechten maustaste die datenbank aus und navigiere in den bereich task oder auch aufgaben und darin gibt es die option data discovery und classification nun kann ich im menüpunkt classify data in ein weiteres menü gelangen und zwar gelang ich nun in das menü wo ich einzelne klassifizierungen auf tabellen durchführen kann es gibt darüber hinaus auch noch die möglichkeit klassifizierungsempfehlungen anzuwenden sehen wir aber uns zunächst eine einfache vorgehensweise für eine klassifizierung an und zwar gehe ich auf add classification und habe dann ein neues fenster in dem ich auswähle in welchem schema ich die klassifizierung durchführen möchte und zwar wähle ich nun aus human resources und habe darin beispielsweise die employee history und kann dann auf einzelne spalten die klassifizierung nun anwenden beispielsweise können wir uns die pay frequency noch zuordnen welche art von information es sich bei dieser spalte handelt dabei handelt es sich um den bereich kontakt bzw wenn nicht zutreffend kann es auch als ada diese liste lässt sich auch erweitern individuell ich wähle ada und kann nun angeben wie sensibel diese spalten information nun für diese tabelle ist in diesem fall wähle ich aus highly confidential und bestätige mit ok nun habe ich für diese tabelle diese spalte nun klassifizierungen auf dieser datenbank ansehen und derzeit ist keine klassifizierung vorhanden da ich diese noch nicht gespeichert habe ich gehe auf speichern und nachdem das erfolgt ist und der bericht nochmal neu ausgeführt wird erhalte ich nun die information jawohl es gibt eine klassifizierte spalte eine tabelle und zwar im bereich human resources und zwar die spalte pay frequency nun kann es ja sein oder es wird sehr häufig sein dass ein data warehouse sehr viele tabellen spalten und so weiter beinhaltet dann kann im ersten schritt auf die funktion klassifizierungs vorschlag zurückgegriffen werden und zwar ist dieses mit einem informations symbol angegeben und dieses beschreibt das 38 spalten mit einer empfehlung gefunden wurden ein klick darauf bringt uns dann zu diesen einzelnen tabellen welche diese spalten beinhalten wir hier zu sehen finden wir uns auch im schema human resources und beispielsweise auch in employee tabelle und das geburtsdatum oder die national id number diese können konkret einer information zugeordnet werden und auch entsprechend gesichert beziehungsweise eingestuft werden wenn ich nun mit diesem vorschlag nicht ganz zufrieden bin habe ich noch immer die möglichkeit diese individuell um zu klassifizieren nachdem ist nachdem ich den vorschlag nun anwenden möchte mache ich einen klick auf das schema und wähle aus except selected recommendations und anschließend kann ich mit safe die klassifizierungen nun durchführen und diese sind nun vorhanden und kann im bericht wird diese ansehen und bekomme eine schöne aufstellung welche anteil an confidential oder highly confidential vorhanden sind sowie auch die verteilung des informationstypes beziehungsweise die art welche information gespeichert wird in den tabellen nun gibt es eine zweite möglichkeit um auch diese information zu erhalten und zwar über die datenbank sprache sql dazu schließe ich das fenster und wähle nun im neuen menü habe ich bereits eine abfrage vorbereitet und zwar basiert diese auf der sys tabelle sensitivity classifications und kann mit dieser nun eine abfrage ausführen und erhalte damit einen wunderbaren überblick über alle schemen tabellen spalten und informationstypen sowie der einstufung wie ihr seht könnt ihr mit diesem bild in tool vom sql server eine daten klassifizierung für das gesamte data warehousing durchführen und ich hoffe ich konnte euch damit einen weg aufzeigen wie ihr das durchführen könnt falls ihr fragen dazu habt hinterlasst mir einfach ein kommentar ich werde euch antworten und freue mich natürlich wenn ihr auch im nächsten video mit dabei seid bis dahin alles gute und viel erfolg